Laut Ja Hallo, herzlich willkommen auf dem Montag Wir haben Halloween Hier Spooky Sounds einfügen Und deswegen gibt's Sowas wie ein Special Irgendwie Bei einem Titel, bei dem ich mir nicht ganz klar bin Ob das jetzt Komplett scheiße wird Oder ob wir uns hier in einer Grauzone Wegen Kult befinden Oder was das hier alles wird Wir spielen Nightwrap Vor allem in der Speedrunner Szene Habe ich das in den letzten GDQs und sowas immer mal wieder Bemerkt, dass das doch Eine große Fanbase hat Wir werden gleich wahrscheinlich sehen, warum Ich schaue mal, wie weit ich komme Ich nehme mal nicht zu viel vorweg Für alle, die es noch nicht kennen Könnte das vielleicht einen Teil des Spaßes ausmachen The Basement Survivor Options Start Game Klingt doch gut Genießen wir Oh nein, es gibt kein Erlebnis Oh nein, es gibt kein Erlebnis Wow Das ist alles so wunderbar 90er gerade Die Kameras und die Traps Probably Security What? We suspect They're using the winery house as a cover And they're getting anyone who stumbles onto their scheme Whatever that is Come on This is Kelly Haha, kid Come on, isn't she a little young? She's young She's one of our best She'll also be working inside And remember No one goes in Until we get the signal From her I want to know more About these traps Yeah That's one thing We've got going for us Who's that? One of our guys Put an override On the camera cable unit Here in the back hallway Which means? Which means We have complete control Of the cameras And the traps But who operates that? They do And who's that? That's bin ich Special operators from control But we've got to work together on this one Any questions? That's rock and roll The version where he's in the back hallway Let's do it Be careful out there, huh? And you You keep your eyes open We're all depending on you Especially Kelly She should be there Now I'll switch you over And good luck Jo Kein Thema Ja Wir haben hier Fullmotion Video Alles ein bisschen Hochpoliert In der 25th Anniversary Edition Also normalerweise wäre das hier Ein bisschen Pixeliger Und läuft auf dem Sega Und hier geht's schon direkt los Ach schön Hier passieren Dinge Post Transmission Okay Man kann jetzt halt Hin und her Es passieren überall Irgendwelche Sachen Man sieht's ja hier in klein Und ich hab auch keine Ahnung Was ich eigentlich tun soll Aber man muss halt immer mal wieder Auge offen halten hier Was hier so passiert Hier passiert jetzt zum Beispiel Nix mehr Aber da ist doch vorhin noch jemand reingegangen Was jetzt genau das Ziel des Spiels ist Weiß ich übrigens absolut nicht Okay Da ist er wieder Ich glaube ich muss einfach nur die Kollegen hier verfolgen Sicher bin ich bin ich Aber ich bewundere gerade die schauspielerische Leistung von den beiden Dudes Ich hab auch keine Ahnung was deren Plan ist Zweifel sind's wieder mal Kultisten Das ist so schön Ich muss noch nicht mal viel machen Ich müsste wahrscheinlich irgendwie was markieren oder so Moment kann ich nicht Ja ich kann Resume und Quit machen Also mir wird auch nicht viel erklärt hier gerade Jawohl Da kommt die gute alte Teenie-Party-Gruppe Die wahrscheinlich alle verschleppt und gekillt werden Hier steht irgendwie nicht Also zehn Possibles hatte ich wahrscheinlich schon Ich hab davon nicht eine wahrgenommen Ich weiß aber auch nicht wie ich Sachen wahrnehme Dieses Weltgrenzen ist auch herrlich Oh Ja aber ich kann auch Gut ich hab's jetzt mal auf Red gestellt Wenn ich draufklicke dann pausiert er halt Dann muss ich hier auf den Button draufklicken wenn der Rot blinkt Bin mal gespannt wann die Morde losgehen Also ich bin mal fest überzeugt dass hier irgendwelche Morde losgehen Okay hier ist einfach nur eine Kamera platziert Ja okay Sheila Und hier sind die Ghostbusters Also hier blinkt ja auch immer wenn gerade hier unten Der Balken komplett vollgeladen ist Blinkt hier Das Licht auf Enter drücken immer wenn irgendwie was ist oder so Ja gucken wir mal Wir gucken uns einfach die anderen Sachen Oh Ich direkte das jetzt mal ein bisschen Jawohl schieß ihn ab Ich schliebe alles da rein Ach das ist schön endlich mal Endlich mal was wo man wieder ein bisschen herzlich lachen kann Auch wenn man absolut keine Ahnung hat was jetzt hier eigentlich passiert Ich weiß auch das was da unten passiert Die sind doch schon zum 50. Mal hier durchgelaufen Pass auf Ich gucke jetzt was ich tun muss Options Oh Gott ist das laut Original Room Icons Achso Revamped Ah ok Im Original bewegt sich tatsächlich gar nichts Im Revamped sieht man unten die Dinger Das ist ja tatsächlich dann ein bisschen einfacher hätte ich fast gesagt Das ist ja gar nicht gruselig So mal gucken Also hier Dem Room Code Aha Ok Da ist sie gone Und ich muss irgendwie auf die Conversations hören Ah fuck den habe ich nicht mitgekriegt Es gibt so ein paar Konversationen Da ist einer gone Ach scheiße Hier muss ich drauf achten Das ist dann Und es gibt irgendwie Konversationen Die das blaue dann ins rote ändern Diese Stille Nein Jetzt Diese Traps sind aber auch Allesamt sehr Unauffällig Moin Okay Jetzt könnte es ein bisschen kompliziert werden Hier mit den ganzen Kameras Und Room Codes Und was weiß ich nicht Da sind sie gone Auf jeden Fall noch irgendwo Nein 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 Oh Er baut diese Scheiße Ist das dann nicht draußen Wo soll der denn dann dahin Ja ok raushalten Ok ich muss auf jeden Fall Diese ganzen Kultisten capturen Aber ich habe das mit den Room Codes Noch nicht so ganz Ich habe jetzt 13 gecaptured Also mittlerweile müsste es auch mal gut sein Mit Kultisten oder Ok hier Das habe ich glaube ich verpasst Den schieße ich Ok Wer hat dieses Haus gebaut Das ist die unnötige GmbH Hat wieder zugeschlagen Aber es scheint ihr Meisterwerk abgeschlossen hier Wir kriegen gleich unsere Musicalnummer übrigens wieder Da kommt der Night Trap Song wieder Mir ist jetzt gerade völlig wurscht Was hier so passiert Ich würde sagen Wir genießen einfach die kleine Musicalnummer Und machen währenddessen so ein bisschen Fakten Gelöht Zum einen Natürlich wieder Das Ding kam original Für Sega Master CD glaube ich raus Als völlig neuartige FMV Innovation Und das kam im Oktober 92 Moment kurz Mal gucken dass ich Nicht ihn capture sondern Egal Ziemlich zeitgleich kam Home Alone 2 Und Bards Nightmare raus Das sind beide Spiele die nicht unbedingt viel besser sind als das hier Sind damit vielleicht auch nicht unbedingt für einen Vergleich taugen Deswegen kam im Oktober tatsächlich eigentlich fast auch nur Müll raus Wozu halt ein Vergleich dann jetzt nicht unbedingt nötig Hier passiert so viele Dinge während dieses Lieds aber ich muss es einfach durchlaufen lassen Es tut mir leid Wundervoll Wer Hummer das directed hat Das ist ein gottverdammtes Genie Gemacht wurde das ganze von Digital Pictures Die haben in der Zeit um Ich glaube so um die 16 Games gemacht Die alle in die Richtung Fullmotion Video gingen Mit Night Trap als Meisterstück Fast schon Und gepublished wurde das ganze von Sega Die sind jetzt so oft durch diesen Flur gelaufen Mittlerweile Yellow Code hier oder was Ich meine hier ist ja tatsächlich dann einfach nur nochmal der Code Also die Raumaufteilung Aber ich habe nirgendwo mitbekommen Ob irgendein Code nicht vielleicht mal geändert wurde oder sowas Oh Hi Das ist ja gemein Das ist ja gemein Das ist ja gemein 6 Yep Shit Look It was your job to protect Kelly and the rest of those girls Kommen wir mal kurz zu den Reviews Das waren nämlich so um die 5 von 10 durchweg Also das ist jetzt Naja So in Retrospektive Hat das ganze Ding nochmal ein bisschen negative Kritik bekommen Wie gesagt ist eher so ein Kult Classic So auch wie der Film tatsächlich gedreht wurde Also es ist halt Man hätte es auch Trash Night nennen können Wäre glaube ich angenehmer gewesen Glaube ich versuche es nochmal einfach Und da bin ich wieder Kurzes Kleines Intermezzo hier von mir an dieser Stelle Ich kriege jetzt noch eine Bewertung Und zwar die 0 von 5 In Sachen Amy fressen Weil Große Faktors nicht vorhat Und man bekackt sich eher über alles was hier so passiert Airplaytechnisch 2 von 5 Falls mal was anderes ist Es macht auch irgendwie Bock dadurch die ganzen Kameras durch zu switchen Und solche Geschichten Deswegen soll es mal nicht so sein Es ist tatsächlich relativ lustig Es kostet glaube ich 12 Euro auf Steam Wenn ihr einfach nur mal so ein bisschen Trash Night haben wollt Gönnt euch das Ding Das macht schon Laune Und ja Jetzt zum Halloween Special Denn es ist die Kackspiele Halloween Folge Und da habe ich mir gedacht Ich werde das Ganze jetzt nochmal mit Guide spielen Werde versuchen So gut es geht Die Szenen einzufangen Da wird natürlich ein bisschen was wegfallen Da wird ein bisschen was vielleicht nicht funktionieren Aber Ich versuche euch Möglichst das komplette Spiel Auf Band zu geben Sodass ihr jetzt knapp 20 bis 30 Minuten Nochmal ans Video drangehängt bekommt Mit dem kompletten Night Trap Game Dass ihr euch gerne ansehen könnt Wenn ihr denn wollt Für alle anderen sage ich jetzt schon mal Vielen lieben Dank fürs Zusehen Das war Halloween Das war der Oktober mit Kackspiele Wir sehen uns im November wieder mit Nicht ganz so gruseligem Zeug Und ja Fröhliches Halloween Viel Spaß mit Night Trap Eracht Oh, no, there's no escape, my sweet little plum. All right, Mike, I think we've seen enough of that. Wow, that's got to be the strangest thing I've ever seen. I hear that. We just got this in last night. All right, listen up. The students that have been coming up to work the resort on this side of the lake have been disappearing right and left. Local authorities didn't have a clue until our surveillance teams tapped into the winery house right there and taped everything you just saw. What about the cameras and the traps? Probably security. What? We suspect they're using the winery house as a cover, and they're getting anyone who stumbles onto their scheme, whatever that is. Come on. This is Kelly. Ah, kid. Come on, isn't she a little young? She's young. She's one of our best. She'll also be working inside. And remember, no one goes in until we get the signal from her. I want to know more about these traps. Yeah. That's one thing we've got going for us. How's that? One of our guys put an override on the camera cable unit here in the back hallway. Which means? Which means we have complete control of the cameras and the traps. But who operates that? They do. And who's that? I'm not exactly certain. Special operators from control. But we've got to work together on this one. Any questions? Let's rock and roll. Let's do it. Be careful out there, huh? And you. You keep your eyes open. We're all depending on you, especially Kelly. She should be there now. I'll switch you over. And good luck. I'll switch you over. I'll switch you over. I know how it can be, Tony. I was young once, too. Both know that. But you must start doing your job. You don't get on the ball. I'm sorry. Oh, que cretini. What's happening tonight, Dad? Well, we have to bottle the two downstairs. And Sarah's coming in with six more tonight. Six? Yep. The problem is, Sheila and I might have to make a delivery. That's no problem. Tony and I can handle it. I'm not so sure. These have to go, too. Whoa, 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 whoa. I am so embarrassed. They're here. Looks like a healthy bunch. Yes, it should be a good weekend. Two. We'd rather stay here and enjoy our new guests. Now, Victor, we can't forget about the poor augers. Oh, you and your charity work. It's beginning to be much too much. Come. Let's visit the girls. Oh, you and your charity work. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, no, 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 not that one. The other one. What's this? Hey, come on, everyone. Let's go down to the lake. Yes, thank you, or not. You take care of everything. Hey, come on. Hey, you're so kind. Oh, Sarah. Victor and I have to make a visit to the augurs tonight. A delivery, actually. I'm sure you and the boys can take care of everything here. I... Curious little bun. Monster, come on, let's go. We don't want to upset the augurs. I don't want to die, Eddie. Don't worry, Mom. It's all in the fingers. Good hunting. Thank you. Thank you. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 What's going on? That girl looks exactly like Madeline. Oh, not that again. No, not that again. Come on, Studley, we better change that code. How about green? Sure. I think he... Oh, now this is my favorite bedroom. Great. And what a great deal. This is Collins. Here goes nothing, Chief. Just no heroics, huh? Count on it. I think we should give him the old Jamaican number, huh, Chief? And out. Drop in. Oh, wow, you guys, this is the life. It could be a lot worse. Come on, look at this stuff. You know, they should test this stuff on Earth before they let people like you play with it. You can see it in his eyes. But he's wearing sunglasses. I mean, you can tell by his face. And his bod. Yay! Sarah. What is this? Oh. My father collects weird things. Hello, 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 hello. So sorry to disturb you like this. So sorry to bad, Jen. But I was wondering if maybe you had seen me boat. Your boat? My boat? Boat! Oh! Ha 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 ha! My boat hated a beauty here. Built it myself. Somethingil, I'm sorry. Oh! Oh! Don't kill me! Sen— Hey! Hey! Goodying! We did it to freeze here. Oh! 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 How? Hey! We did it! So, what would you like? Oh, how about some ice cream? We didn't buy the syrup. Oh, I know. Crushed cookies and ice cream. Hey, you get the cookies. Oh, right here. Megan. This isn't gonna work. You're not scaring me. Wait. What are you doing? No! No! The picture of a young woman. She looks just like Ashley. Who's that? I don't know. I don't know. I don't know. Around here. Das war's für heute. Die Access Code ist orange. Oh, now what? What was that? Sorry. Oh, I'm okay! Wait, you're in danger! Oh no, why don't you go ahead? Jeff and I have some cleaning up to do for- Let's go down to the control room. Maybe Tony has seen the AUGs. Gotcha. I'd feel better if we switched the code again to yellow. We don't want anyone else to get control- It's not that bad. Yes, it is! Do you realize it's the first time I've had the car the entire weekend and- Listen, things are getting really weird around here. Keep your eyes open and watch out for the other girls. I'll be right back. Hey! Wait... Hold it! Hey! Okay. Get out of this! Wait! Don't shoot! It's me! I don't fool! I'm gonna fall apart. You're one and the others. Ok, you check in there, and I'll check down there! You're making a... Blood! Yeah, right! This is Kelly, come in, over. Mike, this is Kelly, come in! Ja, das ist großartig. 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 Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Ich liebe diese Leute, wir waren zu helfen, die Unfortunate Augurs. Augurs? Die Tiere haben einfach genug blood zu survive, aber nicht genug genug zu become vampires. Poor cra- ...ein day to become a vampire. Eww! Vampires? You gotta be jaffin' me. Hold it! I don't think you understand, Mr. Martin, but you're in serious trouble here. Hahahaha! Now, Lieutenant. I'm afraid it is you who doesn't understand. Jeffree, are you alright? Oh yeah, I'm fine. What's going on? Where's Tony? Control got him with the stair-trap. Well, I guess we'll have to take care of this arse. Yeah, I'm so glad we got it. Psst... I'm scared. I'm scared. I'm scared. I'm scared. You're scared. Now look out! Was werden wir mit den anderen machen? Don't worry about them. Now, let's go and get that phony. Oh, this is so fun, my darling. But it was going to be a surprise. Thanks. Please, use the traps. Please, you're the only one that can save me. You're all mine now. No! All right, you were perfect. Nobody's ever done that. I knew I could count on you. Thanks. You are wonderful. And next time I'm on special assignment, I'm going to insist that you back me up. I'd go anywhere with you. And feel secure knowing that you were at the controls. Nah, you wouldn't. I didn't think so. Bye-bye. See you next time. Love is easy by the light of day. Night track. You get the boys to play away. But it's sundown when darkness falls. Passion burns with a change of call. Soon girls, go out. Only if you dare. You better be good. You better be well. Night track. Bad boys will find you. Night Trap, watch out behind you Night Trap, cause there will die in your eye We'll be caught in the night Night Trap Night Trap, bad boys will find you Night Trap, watch out behind you Night Trap, cause there will die in your eye We'll be caught in the night We'll be caught in the night In the night Trap 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 Musik Musik